Hallo, hier ist eure Sophia. Schaut mal, wo ich bin. Heute gibt es ein exklusives Training mit Ralf Möller zusammen. Ganz knallhart werden wir heute trainieren. Hier ist ja links. Heute werden wir Brustrücken und vielleicht mal so ein bisschen Baden trainieren. Mal gucken. Vor Augen ist ja wahnsinnig bei dir. Das ist hier das Go Jump Maness Beach, Kalifornien. Die hat schon Rocky, so ist das Traum, trainiert. Die Klitschkos haben sich für die WM vorbereitet. Und gestern habe ich noch mit meinem Kumpel Arnold hier trainiert. Unvorstellbar, jetzt bin ich hier wirklich angehört. Und jetzt geht's rund. Also, auf geht's. Brustpresse. Da haben wir zwei Auf- und Sätze gemacht und jetzt geht's im richtigen Fuß. Das ist ein bisschen wiederholen. Wie siehst du denn mal an? Ja, ich mach schon. Durchschnitt 12, 15 wiederholen. So, die ersten Sätze. Und dann nachher, später gehe ich auch schon mal, also gehe ich höher mit den Gewichten. Wichtig ist immer, dass du nachher, wenn du dich aufgewärmt hast, im dritten Satz, nach der 8. 9. wiederholen so ein Gewicht nimmst. Wo du dann am liebsten aufhören möchtest. Aber da müssen wir in der Schmerzphase noch 3, 4 machen. Und das bewegt den Wachstum und gibt's auch die Definition. Genau. Leg mal los, hast du mit deinem Geschlecht? Das Gewicht ist, wenn man nicht läuft. Na, los, komm. Die zukünftige Messungen her. Das war's. Ja, das ist... Ja, genau. Ja, das ist genau. Hammer. Weiter geht's gleich mit Kurzhand zu 100. Das sind 2 Propli. Das sind 2 Propli. Ja, das ist ja schon. Das ist das. Ja, genau. Aufgewärmen, jetzt kommen wir wieder zurück. Das ist ja schon der dritte Satz, den wir machen. Das ist eine sehr gute Übung, die ich sehr gerne mache. Für den tiefen Rücken. Du solltest deine Hälfte machen, wo du jetzt bist. Ja, du kannst nicht. Wo immer du so 7, 8, solltest immer so 7, 8 schaffen, dann darfst du auch die letzten 3 Wiederholungen abfälschen. Weißt du, nochmal so 2, 3 magst du. Die kannst du nicht abfälschen. Okay, dann habe ich hier noch nie witzig. LBS wurde gemerkt, nicht Kilogramm. Ja, du hast das schon. So, das bin jetzt jetzt wie lange schon? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Das ist wahnsinniger Erfolg schon. Super. Vielen Dank. Ja, du hast recht. Guck mal, du musst hoch rein. Ja, die haut rein. Ich mache das schon ein bisschen länger. Aber, wie ist das, wie alt? 20? 20. Ja, also. Das passt doch. 56. Ja, top. Ja. Wahnsinn, weil das auch hier hilft. Alter, es haben zu mir auch ganz viele Frauen gehabt. Bei denen, die irgendwie ab 40 aufwärts, bei denen los ist es nicht mehr. Ich finde, das ist komplett das Schwachsinn. Absolut. Ich habe jetzt kürzlichst im Mittwoch, Mitte Juni gekommen. Da mache ich nur Bodyworkout. Da haben wir die Woche 20 Minuten. Aber wie gesagt, da habe ich. Und werde auch in meinem Gym trainieren. Aber mit diesem Bodyworkout kannst du natürlich immer überall trainieren. Das zeige ich dir nachher noch mal. Ich glaube, wir machen nochmal. Ich kann ruhig jemand vor mich stellen. Und den Körper vom Superraten. Das sind die wichtigen Dinge, dass man sagt, oh, nach 10, 12 kommt der Schmerz. Jetzt höre ich auf. Falsch. Dann, wie ich es gerade gemacht habe, darf man nur abfälschen. Und in dem Fall gehen wir noch nach hinten. Und Power Note 3, 4, 5 raus. Ganz wichtig. Definitiv nicht. Ja, es kommt da drauf. Du, wir steigern uns. Wir werden heute Tonnen bewegen. Ist das super? Ja, super. Ach, du bist... Das ist ja funny. Mensch, Rosenheim ist ja eine Weltstadt. Das ist ja Wahnsinn. Treffen Sie mal so eben die Mitglieder hier vom Rosenheimer Fitness Club. Mal ganz eben in L.A. Love it. Jetzt kommt noch einer aus Rosenheim, oder? Hier ist noch einer aus Rosenheim. Ich wusste nicht, dass die Rosenheimer auswandern. Das ist ja Wahnsinn. Die Kurbel. Ja, wie stark sind Sie? Mach mal eine hier. Versuchen Sie. Du hast... Hey! Komm, komm, komm. Können wir die Frusten hinlegen? Nein. Das war jetzt die Flüsse. Ich schaff's jetzt. Ich schaff's jetzt. Ich schaff's jetzt. Ähm, es sind mehrere Ebenen da. Ich hätte niemals gedacht, dass es so riesig ist. Und wir haben eben heute ein bisschen eben Bizeps, Rücken, Brust gemacht. Maschinen habe ich kennengelernt. Die waren absolut der Wahnsinn. Jetzt gehen wir noch ins Firehouse. Firehouse kann man extra essen für Bodybuilder. Ist natürlich auch noch andere Leute. Kann man clean essen. Und da werden wir jetzt auch noch eine Mahlzeit genehmigen. Und, ähm, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Jetzt hier mal im Muscle, ähm, Schmarrn, im Gold's Gym mal drin gewesen zu sein. Gebt doch einen Daumen nach oben. Ähm, abonniert meinen Channel Pumping Sophia Thiel. Und dann sehen wir uns schon beim nächsten Vlog wieder. Muah! Hier aus Los Angeles. Tschüss.